Und hier sind wir wieder, bei meinem geliebten, bei meiner geliebten Möglichkeit, ähm, ja, ich würde sagen, einen Talmord zu sehen, aber, was ich wohl nicht schaffen werde. Scheiße, der hat mich gesehen. Boah, das war knapp. So. Durchsuchen. Ja. Oh mein Gott. Nehmen, 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 nehmen. Raus. Direkt anlegen. Ich habe eine Rüstung. Ich habe eine. Mal ist meine, ist mein Helm besser als die? Ist er 17? Der hat 17. Boah, geil. Ich habe einen hohen Rüstungswert. Hallo? Zack. Der ist sogar noch besser. Ich ziehe den an. Habe ich jetzt Rüstungswert von 88. Geil. Okay. Ich nehme auf. Gut. Das sollte man jetzt auch nicht verpassen. Au. Scheiße. Okay. Das war wiederum doof. Wie kickt man das hin? Also. Erstes Mal meinen Helm anlegen, ja? Dann den Bogen nehmen, den Bogen ausgeschleifen. Schleichen. So. Nehmen und. Nein. Wieso hat er mich jetzt schon entdeckt? Scheiße. Na toll. Boah. Wie scheiße kann man einfach nur sein? Hm? Wenn tatsächlich ein Drache auftaucht. So. Gib mir meine Sachen. Komm schon. Und meine Ausstauern. Du gehörst vielleicht Glück und er frisst die Magie zuerst. Das könnte uns genug Zeit verschaffen, um ihn zu töten. Ha. Mir wäre es recht, wenn mal jemand diesen arroganten Misthaar die Meinung sagen würde. Für die sind wir doch nur niederes Fußvolk. Komm her. Halt ihr mich da an. Verdammt. Nein. Verdammt nochmal. Wieso? Wieso schaffe ich das jetzt nicht mehr? Wieso? Ja, wenn er tatsächlich macht und so weiter. Ah ja, stimmt. Ich habe ja auch noch Magie. Oh. Dann nehme ich mal den da. Ah nein, das kann ich erst nachher machen. Stimmt, ja. Das bedeutet, erstmal Objekte. Helm anziehen. Ja, das Wichtigste. Ihr wisst ja. Helm ist das Wichtigste. Laden. Gut, nochmal. Objekte. Notbogen. Helm. Ausdauer. Unter. So. Objekte. Nein, nicht Objekte. Ähm. Magie. So, ich hätte gerne in der Lenken ein beschworenes Schwert. Und in der rechten, ähm, ja, äh, immer ein Frost. So. Nein, ich brauche meine Rüstung. Sie sind hoch. So, nochmal. Agie Objekte. Ja. 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 So. Agier, die gerade von Alinor eingetroffen sind. Wahrscheinlich macht sich ihre Hoheit jetzt endlich wegen all dieser Drachenangriffe sorgen. Was war das? Geht auf, solange ihr nehmt. Wieder rein kann. Auf die Knie geboren. Ich werde euer erbärmliches Leben beenden. Ähm, ja. Objekte. Zack, zack. Bogen. Die, die nur eingetroffen sind. Wahrscheinlich macht sich ihre Hoheit jetzt endlich wegen all dieser Drachenangriffe sorgen. Habt ihr etwas gehört? Ach, du Götter. Schon wieder rein kann. So. Kann ich das vielleicht noch mit meinem Pelzschild und meinem richtig geilen Schwert machen? Aber ich glaube nicht mehr. Der einzige Weg aus eurem Meer ist ein Platz. Und das ist nicht hier. Nein, sie sind hoch. Automatisches Speicheln. Jetzt hänge ich schon hier ne Viertelstunde rum und weiß nicht, wie ich das machen soll. Dann wird sich ihre Hoheit jetzt endlich wegen all dieser Drachenangriffe sorgen. Ah, gut. Ich hatte mich schon gefragt, wie wir das hier gegen einen Drachen verteidigen sollten. Wenn tatsächlich ein Drache auftaucht, haben wir ja vielleicht... Habt ihr etwas gehört? So. Jetzt Objekte. Jetzt hätte ich gerne ein bisschen mehr Panzerung. Und ein Schwert. So, hallo. Ich hätte gerne... Das Pelzschild auf der Seite. Und das Schwert. Nein. Das Schwert auf der anderen Seite. Boah, wieso klicke ich das immer mit der falschen Seite an. So. Und das Schild auf der Seite. So. Ist da jemand? Ich werde euer Leben beenden. Es ist Zeit, dass ihr Menschen lernt, wo ihr hingehört. Törichter Mensch. Eure Zeit ist abgelaufen. Ich habe auch keine Rollen oder keine Tränke. Nichts dabei. Ich habe nichts dabei. Schon ein Schwert, leichter Schutz, Stimme des Kaisers. Ich habe ja noch meine Drachenschreie. Stimmt ja. Unerwitzliche Macht. Ich habe ja noch meine Drachen. Scheiß, Idiot. So. Flammen. Acht Schaden. Acht Schadenspunkte. Funken acht. Alles acht. Ich habe schon gefragt, wie wir das hier rufen. Gut. Objekte. Rüstung. Das. 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 So. Wenn tatsächlich ein Drachen auftaucht. So. Jetzt habe ich den da. Und. Nein. So. Jetzt. Jetzt. Nein. Reicht es. Ich will euch verendet sehen. Gnade. Mit mir legt man sich nicht an. Schade. Das funktioniert scheinbar nicht. Hm. Ah. Gut. Ich hatte. Objekte. Nordbogen. Rüstung. Das Ding. So. Magie. Unerbittliche. Wohlstimmendes. Kaisers. So. Und jetzt möchte ich gerne mal speichern. Damit ich das nicht dauernd neu ausrüsten muss. So. Wenn tatsächlich ein Drachen auftaucht. Bogen ziehen. Bogen ziehen. Das könnte uns genug Zeitverscheinungen zu töten. Und. Hallo. Aua. Jetzt verliere ich sogar gegen den. Nein. Verdammt nochmal. Wenn tatsächlich ein Drache auftaucht. Haben wir ja vielleicht Glück. Der frisst die Magie zuerst. Das könnte uns genug Zeit verschaffen. Um ihn zu töten. Ha. Mir wäre es recht. Wenn mal jemand diesen arroganten Misskern die Meinung sagen würde. Für die sind wir doch nur ein niederes Fußvolk. Gibt mir den doppelten Schaden, den ich verdiene. Oh, wirklich eine Unkürtigkeit. Das wäre so cool. Perfekt. So. Hab ich daneben geschossen? Das wäre so ziemlich, ziemlich scheiße. Wieso sehe ich... Ihr hättet nie herkommen sollen. Halte mich da raus. Verdammt! Okay, den habe ich weg. Tal mal durchsuchen. Zack, 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 zack. Stahlfeil. Strahlkolben brauche ich nicht mehr messen, ist besser. So. Weg hier. Leben regenerieren. Ähm, ausrüsten. Elfen. Elfen. Leichte, leichte, leichte. Gut, so. Alles dabei. Mein Nordburgen ist da. Gut. Und jetzt werde ich speichern. Und sagen, bis zum nächsten Mal. Hau rein. Hau rein. Hau rein. Uf. L